So, Freunde der Wahrheit, heute mal wieder ein kleines Review, was man so an Spenden eingesammelt hat. Lecker Abendessen, zweimal für ein bisschen Hilfeleistung bekommen. Lecker, 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 das reicht bestimmt für zwei Tage. Wunderbares Weckwildgeschirr, naja, ob das so ganz gut ist für die Umwelt? Die Pappteile sind ja ganz okay für die nächste Grillfete.